Hallo ihr Lieben, heute mache ich ein kleines Ankündigungsvideo und zwar als erstes, wir machen jetzt dieses Mal, also jetzt die nächsten Videos kommen jetzt immer sonntags, sonntagsvormittags, so meistens zwischen 9 und 11 Uhr. So und wenn es dann mal kein Video gibt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass irgendein Problem mit der Technik aufgetreten ist oder dass es wirklich nicht passt und jetzt wollte ich euch noch was zeigen, weil hier seht ihr jetzt, also wenn ich mir mal gehe, hier seht ihr jetzt eine weiße Fläche, den Tisch seht ihr jetzt hier und hier wird wahrscheinlich im nächsten Video das romantische Puppenhaus, also das alte romantische Puppenhaus steht und jetzt wollte ich euch noch etwas zeigen und zwar haben wir da die Hollywood Schaukel verstärkt. Ich bin hier gerade schon so am Szenenaufbau, ihr seht jetzt gerade im Hintergrund da schon die Einweihungsparty, weil da wird jetzt wahrscheinlich die Familie Klotz einziehen, also Sarah, Klaus, Paul, Alex und Mia, weil die wirklich mehr Platz brauchen, weil den Bungalow und das mit dem Schloss, das sind wir gerade am Verkaufen und jetzt wollte ich euch noch um an Oberzheim, hier seht ihr jetzt ihren VW-Bus. Und den Garten von Oma und Opa und jetzt wollte ich noch kurz eine kleine Rumtour machen, weil ich noch ein paar Sachen verändert habe und weil man das im ersten Video nicht so gut gesehen hat. Also jetzt kommt noch eine kleine Rumtour, weil ich ein paar Details gemacht habe. So, ich bin jetzt hier unten, wir machen mal Licht an und zwar die erste Veränderung, hier der Lilo, der ist dann auch dabei und hier seht ihr jetzt, wir haben hier so einen Kranz gemacht, ich hoffe ihr könnt das erkennen. Dann haben wir jetzt so einen Kranz aufgehangen, weil wir es ganz hübsch fanden. Hier im Wohnzimmer haben wir jetzt noch die Kerzen hingestellt, die hatten wir nämlich zuvor nicht. Hier haben wir jetzt noch einen Schrank gemacht und eine Torte und jetzt gehen wir mal hoch. Hier haben wir jetzt das Fitnessrad und eine Platte weniger. Hier haben wir jetzt das Regal und so viel hat sich auch nicht verändert, nur im Büro haben wir noch ein paar Details eingerichtet und hier auch noch ein paar Details. So, und den Balkon, den habt ihr ja schon gesehen, nur im letzten Video, das, wo das zweite Mal mit dem Balkon kam, das hat eben, da die Sarah geträumt, weil sie auf dem Sofa eingeschlafen ist und die Basteinleitung können wir uns, oh Gott, die Lampe, können wir euch wirklich nicht geben, weil die wirklich richtig knifflig war und deswegen, dann muss man eben improvisieren. Und wir haben noch einen neuen Teppich, den wir einfach, also den habe ich so mit der Nähmaschine genäht, den ersten kleinen mit Stoff einfach. Und hier habe ich einfach was aus dem Bademantel ausgeschnitten, aus dem uralten. Oder ihr könnt auch Stoff nehmen, so. So, jetzt hoffen wir natürlich, euch hat unser Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Das nächste Video wird zur Einwagensparty gemacht. Und danach hat Annegret Geburtstag und wird drei. Tschüss!